Hallo, wenn du wissen möchtest, was ich im Rossmann und im DM an Produkten gekauft habe, dekorativer Kosmetik, pflegender Kosmetik, neue Sachen, aber auch alte Schätzchen, dann bleib doch einfach dran. Ich war endlich mal wieder im Rossmann und im, äh, sag schnell, DM und habe da ganz viele, äh, oder ganz schöne neue Sachen entdeckt an dekorativer Kosmetik, an pflegender Kosmetik und was das alles genau ist, wollte ich euch jetzt zeigen. Ähm, Produkte sind jetzt nicht sortiert, ich greife jetzt einfach mal zu. Beginnen wir einfach mal mit Cremeduschen. Und zwar habe ich, ach, das hier gesehen, entdeckt, gekauft. Ähm, und zwar von Isana, eine Cremedusche mit einem hübschen Pinguin drauf. Ähm, das hat mir so sehr gefallen. Und der Duft, ähm, war auch sehr, sehr schön. Oder ist auch sehr, sehr schön. Ich glaube, es duftet so ein bisschen nach Vanille. Ja, Vanille. Leichter Vanillengeruch. Äh, nicht zu stark. Ist eine Limited Edition und ich, das gibt auch noch im Rossmann zu kaufen. Eine weitere Limited Edition, auch eine Cremedusche von Isana mit einem Reindeer oder einem Reh. Und auf jeden Fall, äh, ist es eine Cremedusche, die auch sehr, sehr schön duftet. Allerdings, doch etwas süßlicher und blumiger. Eine Mischung aus Blumen und Süße. Was ist das jetzt für ein, ach, Zitrone ist da auch drin. Ja, Zitrone riecht man auch ein bisschen aus. Dann habe ich noch eine weitere LEI entdeckt im Rossmann. Und zwar von Palmolive. Palmolive, ähm, Nordic Hack. Und, ähm, ich habe dran gerochen. Und ich, ach, ich fand den Duft total schön. Ich, äh, kann gar nicht sagen, wonach es duftet. Es ist, ähm, weiß ich nicht. Das ist ein, der, der schöner Duft. Ein bisschen blumig. Ja, ist auch eine Blüche drauf, ja. Blume, ein bisschen vanillig. Äh, weiß ich nicht. Aber schnuppert mal dran, wenn ihr das noch im Rossmann findet. Es riecht wirklich sehr, sehr gut. Dann habe ich ein Shampoo von Isana gekauft. Und zwar ist das die milde Pflegeformel ohne Silikone mit Kattenflauer und Kornblume. Genau, und genau, was ich noch sagen wollte, mittlerweile hat Isana auf ihren Produkten, auf dem Shampoo und auf den Duschgelen extra nochmal eine Auszeichnung gemacht, dass die Rezeptur jetzt, ähm, ja, schon immer gewesen oder jetzt erst, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ohne Mikroplastik. Und genauso ist es hier mit dem Shampoo. Das finde ich sehr gut, äh, dass man da jetzt nicht extra immer auf die Zutaten, auf die Inhaltsstoffe achten muss. Dann habe ich eine Intimwaschlotion gekauft. Die benutze ich eigentlich immer, statt normalem Duschgel. Lieber Intimwaschlotion, weil, ähm, da der pH-Wert vernünftig ist. Und, ähm, genau, das ist die Intimwaschlotion Sensitive von der Firma Kacel. Riecht nach nix. Es ist sehr duftneutral und, ähm, muss auch nicht da unten. Und dann machen wir weiter im DM. Da habe ich mein Lieblingsduschgel wieder mitgenommen. Und zwar von Balea Duschgel After Sun Dusche. Es riecht nach Urlaub. Es riecht nach Meer, nach Strand, nach Sonne, nach Sonnencreme. Ähm, ich erwähne das eigentlich immer in jedem Haul, weil ich mir das immer in meinen Warenkörbchen lege, wenn ich beim DM bin. Es ist immer gut, das auf Vorrat zu haben. Und eine weitere Cremedusche von Balea. Äh, Mandelblüte und Magnolie. Ja, sehr, sehr schön blumig. Von Alverde, äh, Family Pflegedusche, Biomango, Biofeige. Das kaufen wir auch immer. Benutzen meine Kinder sehr, sehr gerne. Riecht sehr, sehr schön. Und dann habe ich hier noch eine Family, ein Family Shampoo in Malbe. Bio-Malbe, Bio-Malbe und Bio-Brombeere kaufen wir auch immer nach. Im Rossmann habe ich gekauft von Gany Fructis, ein Feuchtigkeitsspendendes Aloe Vera Hair Food. Eine 3 in 1 Maske für normales bis trockenes Haar. Es ist vegan, 98% biologisch abbaubar. Dermatologisch geschätzelt, pflanzlich ohne Öle, ohne Silikone für ein natürliches Haargefühl. Ja, es riecht, oh, es riecht sehr schön nach Aloe Vera. Weiter geht's mit, ähm, CD-Deo Pflegestift ohne Aluminiumsalze. Das habe ich für meine Tochter gekauft, damit sie, ähm, in der Schule oder nach dem Sport sich was unter die Achseln schmieren kann. Ähm, ähm, ja mittlerweile ist sie jetzt, die wird jetzt 12 und, ähm, ich finde das ist vom Alter her, ähm, in Ordnung. Und das habe ich ihr gekauft, weil es so sehr schön, äh, schlank ist. Das passt also sehr gut in ihren Schulturnister und, ähm, oder ihren Sportbeutel. Und, ähm, riecht auch sehr, sehr angenehm, riecht sehr blumig, ähm, Wafferlilie, genau. Blumig und nicht zu stark. Eigentlich genau richtig für ein 12-jähriges Mädel. Dann war im Angebot acht Krauttabletten von Listerin, die GoTabs. Da bin ich mal gespannt. Und zwar sind das zuckerfreie Krauttabletten für ein sauberes und frisches Mundgefühl. Das ist quasi für unterwegs ein Zahnputzersatz, ja. Zähneputzen kann man eigentlich nie ersetzen, finde ich. Aber wenn man, äh, unterwegs ist, kann man das ganz, ganz gut, ähm, ja, erstens mitnehmen. Und, äh, zweitens dann, ähm, äh, anwenden, weil man da keine Zahnbürste für braucht. Einfach kauen, spülen und dann, äh, schlucken. Ähm, genau, das habe ich im DM gekauft. Das ist eine Vitamin-C-Maske, zwei Phasen-Tuchmaske. Ähm, warum zwei Phasen? Weil man das Serum auf das gereinigte Gesicht auftragen soll. Achso, hier oben. Ach, das ist ja cool. Hier oben ist ein, ähm, Abschnitt. Da befindet sich das Serum. Und hier unten befindet sich dann die Tuchmaske. Also erstmal soll man dann das Serum auf die Haut auftragen und dann die Tuchmaske auflegen, 20 Minuten einwirken lassen und die verbleibenden Rückstände dann einmassieren. Das, was ich eigentlich immer wieder nachkaufe, das ist, äh, Pinselreiniger von, ähm, Ebelin. Genau, Pinselreiniger von Ebelin. Und zwar, ja, wenn ich die Pinsel, äh, sauber mache, eigentlich mache ich die richtig sauber mit einer milden Seife oder mit einem milden Shampoo. Aber, ähm, zwischendurch gehe ich auch mit diesem Ebelin Pinselreiniger drüber, einfach drüber sprühen und dann, ähm, trocknen lassen, äh, nicht trocknen lassen, drüber sprühen. Und dann, äh, auf einem Taschtuch sauber machen und dann, äh, trocknet das auch relativ schnell und das wird auch, äh, sauber. So, dann habe ich mir gedacht, gönnst du dir mal eine, ähm, richtig gute Palette, die du gerne, äh, oder die du schon, ähm, länger mal ausprobieren wolltest. Und dann habe ich die MDM, äh, gefunden und zwar die, ähm, von BH Cosmetics, die 1991 von Alicia Marie. Genau, das ist auch eine sehr sympathische und bekannte YouTuberin und ich fand die, ähm, Farben sehr, sehr schön. Ich fand die Farben richtig toll, ähm, weil eigentlich alles drin vertreten ist. Da ist auch ein Spiegel mit drin, ähm, und da sind alle Farben drin vertreten, Schimmerfarben, matte Farben, ähm, Brauntöne, die ich mag, rosa, lila, äh, genau. Und ich finde, damit kann man was richtig, richtig Tolles auf dem Auge zaubern. Eine weitere Palette musste auch mit, da hatte ich eigentlich gar nicht vor zu kaufen, aber ich stand vor dem, ähm, Aufsteller, vor der Catrice Theke und ich habe gesehen, die haben eine neue Palette. Und ich habe die aufgeklappt und ich habe mich sofort verliebt in diese Farben. Das ist diese, ähm, Catrice Pro Palette. Da gibt es zwei verschiedene Paletten in zwei verschiedenen, ähm, Farbschemen. Das eine war mehr, ähm, ja, mehr Rottöne waren da drin, ähm, auch Brauntöne, aber mehr so in Tendenz zu rötlichen Tönen und, oder Kupferfarben und so weiter. Und hier haben wir, ähm, bei dieser mehr so die, ähm, ja, Rosatöne, Brauntöne. Das ist so ein bisschen dezenter. Und da haben wir auch alle matte Farben drin und Schimmerfarben, Glitzerfarben. Ich bin da, ähm, jetzt schon begeistert, kann ich euch schon sagen. Ich bin da sehr, sehr zufrieden mit, habe auch eine, ähm, Review drüber abgedreht. Schaut die euch mal an. Dann habe ich von Catrice auch diesen, ähm, Concealer mitgenommen. Das ist dieser Instant Awakening Concealer, oder wie nennt er sich? Instant Awake Concealer. Genau. Ich habe mir die Farbe 02 geholt. Hier vorne ist ein Schwämmchen. Wenn man hier hinten dreht, kommt hier vorne, ähm, durch das Schwämmchen das Produkt raus. Und es verspricht, ähm, Feuchtigkeit und, ähm, ja, Deckkraft und die Augenfälchen sollen optisch dadurch retuschiert werden. Auch darüber gibt es eine Review. In der Essence Theke habe ich diese Mascara entdeckt. Auch darüber gibt es eine Review. Ähm, ja. Ja, hörte sich sehr, sehr gut an. Bye, bye Panda Eyes. Voluminöse Wimpern, definierte Wimpern und auch, äh, keine Panda Augen. Es soll, ähm, mit Wasser abwaschbar sein. Und, ähm, man braucht keinen Augen-Make-Up-Entferner. Ähm, ja. Das werdet ihr dann spätestens in einem Review-Video sehen, was ich übrigens schon, ähm, abgedreht habe. Dann habe ich hier noch, ähm, von Rival de Loop ein, ähm, Augenbrauenpuder. Ja, und zwar ist das, nicht Rival de Loop, Quatsch, Rival, Rival loves me. Genau, die Marke hat sich ja, ähm, oder der Name hat sich geändert. Und zwar ist das das Eyebrow, oder die Eyebrow Cushion. Eyebrow Cushion? Das Eyebrow Cushion? Egal. Auf jeden Fall ist das eine, ähm, ein Cushion. Das heißt, das ist ein, ähm, da ist ein Schwiegel hier oben drin. Hier befindet sich ein Pinsel, ähm, mit dem man aufklappen kann. Und, äh, auf der einen Seite ist halt dieser, ähm, zum einmal durchbürsten. Und hier ist dann der, ähm, Pinsel für die Farbe oder für das Puder. Und dann geht man einfach hin, öffnet das Döschen und dann macht man hier das Ding noch vorher ab. Und hier befindet sich dann ein Kissen drin. Und in dem Kissen ist dann die Farbe wohl getränkt. Und dann kann man dann mit dem Pinsel reingehen und die Farbe auf die Augenbrauen auftragen. Das war's mit DM und Rossmann. Und ich habe hier noch eins, ähm, gekauft. Eine Handcreme. Und zwar war ich in unserem, ähm, lose und gut Laden. Wie heißt der nochmal? Ähm, Verpackung? Ah, Unverpacktladen, genau. Wir haben einen wunderschönen, äh, kleinen Unverpacktladen hier in Bocholt bekommen. Und da bin ich mit meinem Kind da reingegangen. Wir haben uns umgeschaut und wir waren super begeistert. Ähm, das habe ich mir nämlich gekauft. Das ist eine, ähm, Handcreme. Olivenhandcreme. Für dieses Gläschen, ähm, 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 haben die Pfand genommen. Ich glaube 45 Cent Pfand, meine ich. Äh, und wenn man das Gläschen leer hat, geht man einfach mit dem Gläschen wieder hin und lässt es auffüllen. Oder man tauscht es aus. Und, äh, ja, ich fand die Handcreme richtig... Äh, die riecht... Äh, ich wollte euch... Ich wollte euch da schon unter die Nase halten. Ähm, nein. Also es riecht wirklich sehr, sehr gut. Einfach gesund. Sehr gut. Ähm, nicht medizinisch, sondern richtig schön nach pflegender Kosmetik und, ähm, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und deswegen musste die auch mit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, wenn ihr Lust drauf habt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020